Es gab einmal einen Mann, der sich auf die Suche nach der Wahrheit machte. Er ließ seine Familie und seine Besitztümer zurück und reiste um die ganze Welt. Nach vielen, vielen Jahren des Suchens und Umherreisens gelangte er schließlich in ein fernes Land und hörte dort von einem Berg, auf dessen Spitze die Wahrheit leben sollte. Er reiste lange weiter, bis er endlich besagten Berg fand. Dort wanderte er unter großen Mühen tagelang hinauf, bis er schließlich an den Eingang einer Höhle kam. Er rief hinein und nach einer Weile wurde sein Ruf von der Stimme einer alten Frau erwidert. »Wie kommst du hierher? Was möchtest du?« »Nun, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit«, sagte der Mann. »Dann tritt nur herein. Du stehst vor ihr.« Da betrat der Mann die Höhle und sah am anderen Ende an einem Feuer sitzend eine alte Frau, die so hässlich war, wie er noch nie ein Wesen zuvor gesehen hatte. Die Augen quollen hervor, das Gesicht war übersät mit Ausschlag, die Zähne waren riesig und furchtbar krumm und ihr langes, dünnes Haar hing strähnig herunter. »Du bist die Wahrheit?« brachte der Mann mühsam hervor. Die alte Frau nickte. Es kostete ihn anfangs einige Mühe, da ihr Äußeres ihn furchtbar abstieß, aber der Mann blieb bei ihr und es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich die Wahrheit war. Er blieb einige Jahre und lernte sehr viel von ihr. Aber eines Tages wollte er sich wieder auf den Heimweg machen. Bevor er jedoch ging, fragte er sie, was er ihr zum Dank für einen Wunsch erfüllen könne. »Ich bitte dich nur um eines«, sagte sie, »wenn du in die Welt zurückkehrst und über mich sprichst, dann sag bitte, dass ich jung und schön bin.«